Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Was für eine Qualifikation zum Japan Grand Prix 2022. Ein tausendstel Krimi vorne an der Spitze um die Pole Position zwischen Max Verstappen und den beiden Ferrari-Piloten. Und auch am Ende der Qualifikation wussten wir noch nicht so ganz genau, wer denn jetzt in Suzuka von der Pole starten wird, weil es noch Ärger gab. Ärger für Max Verstappen. Er musste nach der Qualifikation zu den Stewards. Inzwischen wisst ihr natürlich alle, wie es ausgegangen ist. Verwarnung für den amtierenden Weltmeister und jetzt wollen wir uns die Szene mal ein bisschen genauer anschauen und auch erklären, warum es keine härtere Strafe für ihn gegeben hat. Das Ganze hat sich im Q3 abgespielt, als er und Landon Norris fast kollidiert wären. Beide waren auf ihren Outlabs für die erste schnelle Runde im Q3. Outlap ist ja normalerweise, man schaut, dass man die Reifen auf Temperatur kriegt und schaut dann am Ende der Runde, dass man einen perfekten Abstand zum Vordermann hat, damit man da nicht aufgehalten wird. Genau das hat Max Verstappen getan. Dabei wurde er allerdings von Landon Norris überholt. Und das relativ spät in der Runde, nämlich in 130 R. Dann ist er nur noch die Schikane und dann geht schon auf Start-Ziel. Landon Norris wollte da innen vorbei gehen und Verstappen hat aber genau zu diesem Zeitpunkt Gas gegeben und wollte jetzt Tempo machen für die schnelle Runde dann schon. Das hat dazu geführt, dass er ein bisschen die Kontrolle über seinen Boliden verloren hat, denn Reifen waren noch kalt. Auto ist nach links weggegangen, hat das super abgefangen, kein Problem. Aber es war eben auch kein Platz mehr für Landon Norris da. Der ist richtig erschrocken, musste noch weiter nach links, obwohl er ja schon auf der Innenseite war in 130 R, ist dann übers Gras und konnte nur so die Kollision vermeiden. Am Ende keine großen Konsequenzen für Verstappen und Norris. Beide konnten die Runde fahren. Verstappen dann am Ende auch da schon auf die Pole-Runde gegangen, denn er hat sich später ja nicht mehr verbessert. Also es war am Ende relativ egal, aber es sah ziemlich heikel aus. Nach den schnellen Runden hat man gesehen, wie Max Verstappen rübergegrüßt hat in Richtung Landon Norris, sah nach einer Entschuldigung aus. Ich glaube, er hat sich da in dem Fall auch entschuldigt. Nach der Qualifikation hat Verstappen die Szene aber etwas anders gesehen und das war nicht mehr in Richtung Entschuldigung. Er meinte in der Pressekonferenz, naja, wäre Norris respektvoller gewesen, hätte es überhaupt gar kein Problem gegeben. Verstappen meint nämlich, Norris hätte ihn an der Stelle gar nicht überholen dürfen. Das hat sich Verstappen nicht ausgedacht oder er denkt nicht nur, okay, ich bin der Weltmeister, mich darf keiner überholen. Tatsächlich gibt es ja dieses sogenannte Gentleman's Agreement, ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man so will, das besagt, dass man im letzten Sektor einer Outlap niemanden mehr überholt. Es ist ja ganz normal, dass jeder versucht, den perfekten Abstand zum Vordermann zu halten und dadurch muss ich eben im letzten Sektor ein bisschen langsamer machen. Deswegen kommt es da immer zu einer kleinen Schlange, aber meistens geht es dann doch gut, jeder hat noch irgendwie einen Abstand. Lando Norris hingegen, der wollte unbedingt Max Verstappen überholen, weil er eben zu langsam war und dann ist es eben zu dieser Situation gekommen. Also die Erklärung von Max Verstappen einerseits einleuchtend, aber Lando Norris hatte natürlich eine ganz andere Sicht der Dinge und man darf nicht vergessen, die Stewards ja offenbar auch, denn Verstappen saß auf der Anklagebank, nicht Lando Norris. Der meint, naja, dieses ganze Gentleman's Agreement, das ist keine Regel und das macht ja sowieso jeder, dass er da überholt und so weiter. Insofern er frei von jeder Schuld. Verstappen hingegen nicht, denn, und das ist ein ganz interessanter Punkt, Lando Norris dachte, dass Verstappen darauf reagiert hat, dass er jetzt überholt. Also der dachte, okay, der hat ihn gesehen, wollte die Position nicht aufgeben und hat Gas gegeben. Wenn man sich die Onboard von Verstappen anschaut und auch den Boxenfunk hört, merkt man aber ganz klar, der hat nicht auf Norris reagiert. Das war einfach unglücklicher Zufall, dass er genau in dem Moment Gas gegeben hat. Trotzdem wurden ja die Stewards aktiv und da ging es um Artikel 33.4 des sportlichen Reglements. Da geht es tatsächlich darum, dass man nicht unnötig langsam fahren darf, nicht ungleichmäßig und potenziell gefährlich. Das wurde Verstappen also zur Laste gelegt. Tatsächlich war die Situation schon gefährlich, denn auch wenn das eine Outlap war, die Geschwindigkeit, die Norris an der Stelle drauf hatte, die war schon ganz schön beträchtlich. Also das hätte durchaus böse ausgehen können. Verstappen hatte sein Auto nicht komplett unter Kontrolle zu diesem Zeitpunkt und deswegen musste er sich diesen Vorwurf gefallen lassen, so gefahren zu sein, wie es das Reglement eben nicht erlaubt. Die Stewards haben gesagt, okay, Verwarnung, denn wir haben ähnliche Fälle in der Vergangenheit gehabt. Auch da gab es nur Verwarnungen. Ich persönlich bin der Meinung, ja, mit einer Verwarnung ist man auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ihn dafür zu bestrafen, hätte ich falsch gefunden, zumal sich Lando Norris den Schuh schon auch wirklich selbst anziehen muss. Es gibt dieses Gentleman Agreement und das macht man nicht. Insofern beide am Ende ein bisschen in der Vorbereitung ihrer schnellen Runde dann behindert gewesen, aber ich glaube, man kann sagen, Schwamm drüber und fertig. Diese Verwarnung macht für Verstappen auch nichts, ist die erste in der laufenden Saison. Insofern können wir das jetzt alles vergessen, was da war. Vergessen sollten wir aber nicht, was bei Sebastian Vettel war. Der hat eine richtige Gala-Vorstellung hier abgeliefert bei seinem letzten Auftritt in Suzuka. Er hat sich um wenige tausendstel Sekunden erstmal ins Q2 gemogelt, dann hat er sich um dreitausendstel auch noch ins Q3 gemogelt. Dreitausendstel Sekunden, die Daniel Ricciardo gefehlt haben. Sebastian Vettel hat es aber geschafft. Lance Joy, der Teamkollege übrigens auf Platz 19 ausgeschieden im Q1, Vettel ins Q3 gekommen und wurde da auch noch neunter. Also sensationelle Vorstellung von ihm und man hat es ihm auch angemerkt, schon am Teamradio, er ist ein bisschen a-zyklisch gefahren im Q3, also ist eigentlich alleine auf der Strecke gewesen und hatte dann seine Outlap, die war eigentlich wie so eine Ehrenrunde, fast schon am Ende eines Rennens, hat sich da bedankt bei den Japanern, bei den japanischen Fans, hat dann auch später nochmal gesagt, wie er die Formel 1 vermissen wird auf solchen Strecken wie Japan, wie Suzuka. Hat er ja schon zu Beginn des Wochenendes gesagt, dass er da jetzt das erste Mal seit seinem angekündigten Rücktritt so ein bisschen demütig ist und das hat man ihm heute definitiv nochmal angemerkt. Ja, das Rennen hat er auch noch, aber er sagt, Suzuka, diese Strecke, die fühlst du in der Qualifikation so richtig und ich glaube, er hat nochmal richtig schön fliegen lassen. Das war der alte Sebastian Vettel, wenn man so will. Ab und zu hatte man ja zuletzt fast den Eindruck, vor allem in der vergangenen Saison, da würde nicht er drin sitzen, sondern irgendein Doppelgänger, die ja in Japan tatsächlich aufgetaucht sind. Der alte Sebastian Vettel, den haben wir uns auch in der Printausgabe ein bisschen genauer angeschaut, auch ein paar alte Sprüche Revue passieren lassen. Die Akkus gehören ins Handy und nicht ins Auto und so Sachen, die man von ihm heute definitiv nicht mehr hören würde. Also ihr habt noch die Gelegenheit, Ausgabe Nummer 86 zu bestellen, die Sebastian Vettel Spezialausgabe und Aufruf jetzt an dieser Stelle an euch. Wir sind ja ganz fleißig schon am Streiben von Ausgabe Nummer 87 und da gibt es wieder ein Ask MSM drin. Für alle, die Ask MSM von den Videos hier kennen, auf der Couch neben mir, beantworten wir ab und zu Userfragen. Da haben wir Userfragen, die man schön diskutieren kann. In der Printausgabe haben wir Userfragen, die man schön erklären kann, zeitlose Fragen über Technik, Regeln oder was auch immer und das erklären wir dann ganz gerne in der Rubrik Ask MSM in der Printausgabe. Da könnt ihr uns jetzt Fragen stellen unter diesem Video oder unter den nächsten Videos. Einfach Hashtag Ask MSM und mit ein bisschen Glück beantworten wir eure Fragen in der nächsten Printausgabe. Jetzt haben wir viel über Verstappen gesprochen, über die Situation mit Landon Norris, haben aber noch nicht wirklich über die Qualifikation und das anstehende Rennen morgen geredet. Verstappen also mit 10.000 Sekunden Vorsprung am Ende auf die Pole gefahren vor Charles Leclerc. Verstappen ist seine schnellste Runde im ersten Versuch gefahren. Leclerc hingegen im zweiten Versuch, da wurde es dann nochmal richtig eng, aber es hat nicht ganz gereicht. Verstappen, der hat sich im zweiten Versuch nicht verbessert, hatte einen kleinen Fehler in der zweiten Kurve, ein bisschen zu weit auf den Körper rausgekommen, Scheitelpunkt verpasst. Dabei ist auch noch das Auto beschädigt worden, ein paar Teile sind davon geflogen und deswegen war er für ihn nicht mehr drinnen. Carlos Sainz auch richtig nah dran, halbe Zehntel Sekunde an der Pole vorbei, nur Platz 3. Also wirklich ein richtig, richtig, richtig spannendes Qualifying, vor allem bei Ferrari. Das Auto, das war da, das hätte noch mehr gekonnt, ist sich Charles Leclerc sicher. Das Problem waren die Reifen. Entweder hat man im ersten Sektor ein bisschen langsam angehen lassen, dann waren die Reifen am Ende noch da oder aber man hat gleich fliegen lassen, dann waren die Reifen aber am Ende der Runde schon nicht mehr so ganz hundertprozentig da. Wir haben uns die Runde von Charles Leclerc noch ein bisschen genauer angesehen und haben da entdeckt, dass er sehr, sehr spät für die letzte Schikane gebremst hat, da am Kurveneingang durchaus auch Zeit gewonnen hat, aber am Kurvenausgang dafür bezahlt hat. Klassische Regel, langsam reinfahren, schnell rausfahren. Das hat Charles Leclerc nicht ganz so gut beherzigt. Ich glaube, Fahrtipps brauchen wir ihm an der Stelle nicht geben, aber es waren wohl nicht nur die Reifen, die da schon überhitzt waren, sondern es war auch, weil er eben relativ schnell in die Schikane reingefahren ist, konnte er erst ein bisschen später aufs Gas gehen und am Kurvenausgang hat er dann mehr Zeit verloren, als er am Kurveneingang gewonnen hat. Aber man muss an der Stelle auch noch sagen, Verstappen hat er den zweiten Versuch ein bisschen in den Sand gesetzt. Möglicherweise wäre da auch noch ein bisschen mehr drin gewesen, als in seinem ersten Versuch. Für das Rennen wissen wir da jetzt schon wirklich was. Man kann natürlich sagen, naja, der Red Bull ist tendenziell im Rennen immer ein bisschen besser als der Ferrari. Vor allem zuletzt hatte Ferrari mit dem Reifenverschleiß größere Probleme. Reifenverschleiß in Suzuka wird ein ganz, ganz großes Thema. Möglicherweise zwei Stopprennen, also eigentlich gehen wir davon aus. Da bin ich mal sehr gespannt, aber wir haben eben aufgrund des verregneten Freitags kaum Daten. Drittes freies Training war extrem schön anzusehen, weil es nicht nur eine Qualifying-Generalprobe war. Es gab auch noch ein paar Long Runs, die haben wir für euch auch noch analysiert heute im Favoritencheck. Markus Steinriss, der Kollege hat das gemacht, hat sich das noch mal genauer angeschaut. Trotzdem sind wir uns nicht so ganz sicher, was wir da jetzt von diesem Rennen erwarten können, denn die Wettervorhersage sagt auch teilweise, dass es morgen regeln soll. Je nachdem, welchen Meteorologen man Glauben schenkt. Einer sagt, es ist richtig hohe Regenwahrscheinlichkeit, wir kommen an einer nassen Strecke nicht vorbei. Andere sagen, Regenwahrscheinlichkeit liegt nur bei 15%. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, irgendwann kommt der Regen. Die Frage ist nur, wann, ob es das Rennen überhaupt noch betrifft oder nicht. Und deswegen haben die Ferrari-Piloten gemeint, sie sind überhaupt keine Kompromisse beim Setup eingegangen. Für ein bisschen Regenrisiko opferst du nicht das Setup, da gehst du keine Kompromisse ein. Und da war es ganz interessant, was Max Verstappen gesagt hat, denn der meinte, bei ihm ist es so in Suzuka, ganz speziell in Suzuka, dass er im Qualifying was anderes vom Auto braucht als im Rennen. Dass er da ohnehin schon einen Kompromiss finden muss und sich deshalb ein bisschen schwerer tut als normalerweise. Möglicherweise könnte das morgen ja dann im Rennen auch den Ausschlag geben. Ich kann euch aber nicht genau sagen, ob das jetzt eher ein bisschen Richtung Rennen, eher möglicherweise auch in Richtung Regenabstimmung gegangen ist oder nicht, denn das wollte er nicht verraten. Aber wir werden es dann höchstwahrscheinlich im Rennen sehen oder nach dem Rennen von ihm erfahren. Trotzdem ganz, ganz spannende Geschichte. Sonst auch noch ein relativ spannendes Qualifying dahinter. Esteban Ocon, Best of the Rest. Alpine an diesem ganzen Wochenende schon richtig stark. Ocon hat am Ende Fernando Alonso geschlagen, der Siebter wurde. Man konnte sich vor den Mercedes qualifizieren teilweise. Lewis Hamilton Position 6, George Russell nur Position 7. Und der Vollständigkeit halbjahr, ihr beschwert euch ja, dass ihr viel zu wenig Content über Mick Schumacher kriegt. Der ist auch noch in Scoot 2 eingezogen, hat Teamkollege Kevin Magnussen geschlagen, hat es dann ein bisschen übertrieben in der letzten Schikane, weil er wusste, er muss was riskieren, sonst geht es ohnehin nicht weiter. Und deswegen am Ende nur 15. geworden, aber immerhin den Teamkollegen geschlagen. Dann müssen wir noch ein bisschen über den Fahrermarkt reden. Wir haben es ja gestern schon angekündigt, eine ganz große Überraschung war es also nicht, als Alpine Pierre Gasly heute Nacht um 2 Uhr bekannt gegeben hat. 2 Uhr europäischer Zeit plus 7, also 9 Uhr japanischer Zeit. Das kam nicht von ungefähr, dass man es da bekannt gegeben hat. Man hat sich auch abgestimmt mit Alfa Tauri, denn nur 10 Minuten später wurde dann bekannt gegeben, dass Nick de Vries bei Alfa Tauri fahren wird in der kommenden Saison, also dort Pierre Gasly ersetzen wird. Auch das war ja keine große Überraschung. Wir haben ihn ja schon hier in Graz zusammen mit Dr. Helmut Marko gesehen und in Singapur zuletzt nochmal. Also das kann auch nicht besonders überraschen. Wenig später, um 9.30 Uhr gab es dann die Pressekonferenz. In dieser Pressekonferenz saßen unter anderem Ottmar Safnauer und Franz Toost. Deswegen also dieses komische Timing für europäische Standards. Und das war ganz interessant, was da gesagt wurde. Franz Toost war schon ein bisschen besser gelaunt. Nicht mehr so wie zuletzt in, jetzt muss ich zurückdenken, in Monza, als er da sehr wortkarg geantwortet hat. Also der freut sich jetzt auf Nick de Vries. Aber das wirklich Interessante kam von Ottmar Safnauer, der ja irgendwie sagen musste, wie toll Pierre Gasly ist. Obwohl man ja ganz ehrlich sein muss, der ist ja nur dritte Wahl. Eigentlich wollte man Fernando Alonso, dann wollte man Oskar Piastri und jetzt ist man eben bei Pierre Gasly rausgekommen. Und dann hat er eigentlich eine ganz interessante Schlussfolgerung gezogen. Ottmar Safnauer meinte, wir haben nach jemandem gesucht, der jung ist, der schnell ist und der erfahren ist. Und all das trifft auf Pierre Gasly zu, laut Ottmar Safnauer. Und das trifft weder auf Fernando Alonso noch auf Oskar Piastri zu. Denn Fernando Alonso ist nicht mehr jung, Oskar Piastri ist noch nicht erfahren. Also eine ganz interessante Begründung, die man da gegeben hat. Man musste irgendwas finden und man muss tatsächlich sagen, ganz unrealistisch. Und man muss ganz ehrlich sagen, ganz schlecht ist es nicht begründet. Auch wenn man natürlich weiß, dass Pierre Gasly nicht erste Wahl ist. Und dann gab es am Nachmittag, nach der Qualifikation, traditionell ja noch die McLaren-Runde. McLaren meet the team. Und dort hat auch Daniel Ricciardo über seine Zukunft gesprochen. Er meinte, er wird 2023 definitiv nicht am Start sein. Also kein Stammcockpit. Der Platz bei Mercedes als Ersatzfahrer, der ist offenbar immer noch eine Option für ihn. Aber er wird also weder das noch vakante Williams-Cockpit, noch das bislang noch vakante Haas-Cockpit übernehmen. Soviel zum Fahrermarkt. Jetzt freuen wir uns auf einen hoffentlich grandiosen Japan-Gropri Suzuka. Du hast uns wirklich gefehlt, nicht nur Sebastian Vettel, auch uns wunderbar, die Formel-1-Autos auf dieser Strecke zu sehen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, was sich in Japan noch tut, ob Max Verstappen tatsächlich dann auch schon Weltmeister wird, denn er hat es ja das erste Mal in der eigenen Hand, dann müsst ihr euch unbedingt die Motorsport-Magazin-App auf euer Handy holen. Die gibt es kostenlos für Android und iOS. Ihr könnt da auch einstellen, ob ihr Push-Mitteilungen bekommen wollt. Und dann braucht ihr gar nicht immer nachschauen. Wenn ihr Handy rausholen ist, was passiert, dann kriegt ihr es automatisch einfach auf euer Handy geschickt. Jetzt freuen wir uns aber auf den Grand Prix. Es ist mal wieder angerichtet.